Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 4. Mai. Gut, wir beginnen zunächst einmal mit dem Monatschart. Wir haben hier weiterhin den oberen Fibonacci-Faker ungefähr im Bereich von 11.125 Punkten sowie hier den weiteren Widerstandsbereich um 11.000 Punkte mit dem 50% Fibonacci-Retracement und der oberen Trendkanalbegrenzung. In diesem Bereich ist der DAX zuvor stecken geblieben, wir konnten hier nicht nach oben durchbrechen, wie man hier am Monatschart erkennen kann. Wir sind hier also zunächst einmal nach unten abgeprallt und am Freitag dann bei 10.861 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachbüßlich ging es noch deutlich tiefer unter die Marke von 10.800 Punkten, insofern könnten wir hier auch langfristig wieder nach unten abdrehen. Solange wir diesen Fibonacci-Faker hier nicht nach oben durchbrechen, droht nun eine neue Abwärtswelle. Und diese Abwärtswelle könnte dann im weiteren Verlauf, im großen Bild, auch das Verlaufstief hier bei 8.255 Punkten vom Vormonat dann unterschreiten. Und wir dürften dann zunächst einmal Kurs nehmen auf den unteren Bereich hier, dieses langfristig steigenden Trendkanals um 8.000 Punkte. Und sollten wir dann hier aus diesem Trendkanal nach unten ausbrechen, dann würde sich mein langfristiges Kursziel im Bereich von 6.500 Punkten nähern. Das wäre dann das große Endziel der Crash-Bewegung. Möglicherweise können wir dann auch hier in dem Bereich noch etwas weiter abgeben, in den Bereich von 6.000 Punkten. Aber hier um den Bereich von 6.000 bis 6.500 Punkten erwarte ich dann den langfristigen Boden im Extremfall. Und hier dürften wir dann wieder eine lange Aufwärtsbewegung beginnen. Also solange wir hier unter dem Fibonacci-Faker uns bewegen, bleibt alles bärisch, bleibt die Bärenmarkt-Rallye bestehen. Und erst bei einem Durchbruch nach oben würde sich die Lage dann für den Wachs nachhaltig auffällen. Das ist momentan noch nicht der Fall. Und ich würde mich auch wundern, wenn die weltweite Coronavirus-Pandemie mit den schweren wirtschaftlichen Folgen an der Börse innerhalb von wenigen Wochen abgehakt wäre. Ich denke, damit haben wir noch einige Monate zu tun. Und insofern haben wir auch noch genügend Zeit, hier im DAX weiter nach unten abzudrehen und hier deutlich tiefere Kursziele zu erreichen. Und dann aber hier auch einen vernünftigen Boden zu bilden. Möglicherweise einen Doppelboden im Bereich von 8.000 Punkten. Oder dann ein Verlaufstief hier, wie gesagt, bei 6.500 Punkten mit in Folge dann wieder steigenden Kursen. Wir machen dann weiter mit dem Wochenstart, mit den Markierungslinien, die ich Anfang der Woche genannt hatte. Da haben wir die dunkelrote Markierungslinie bei 11.150 Punkten gehabt. Und in diesem Bereich haben wir auch ungefähr unser Wochenhoch erreicht. Danach ging es wieder kräftig bergab. Wie gesagt, auf 10.861 im regulären Handel, nachbürstlich dann noch deutlich tiefer. Die rote Linie befindet sich zunächst weiterhin bei 10.750 Punkten. Fallen wir darunter dürfte sich dann die Abwärtsdynamik weiterhin verstärken. Und der nächste Anlaufbereich wäre dann bei 10.500 bei der hellgrünen Markierungslinie. Und dann darunter würden 10.250 Punkte folgen, wo wir hier auch eine etwas stärkere Unterstützung haben. Sie können also sehen, dass die Markierungslinien im Wochenchart einen Hintergrund haben und nicht umsonst immer im Bereich der Markierungslinien dann Hoch- und Tiefpunkte erreicht werden. Also darauf bitte achten. Ich werde dann zu Wochenbeginn möglicherweise je nach Verlauf dann neue Markierungslinien nennen. Bis dato gelten weiterhin die genannten Markierungslinien im Wochenchart. Gut, dann wären wir erstmal wieder durch für heute. Ich werde mich dann am Montag noch unter dem Video mit Kommentaren zu möglichen neuen Short- und Long-Bereichen dann melden. Da muss ich jetzt abwarten, wie sich der DAX dann am Montagmorgen genau verhält und wo wir dann in etwas stehen. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder kräftige Aufwärtsgaps oder Abwärtsgaps in der Nacht gehabt, die es dann sehr schwer machen, im Voraus dann die richtigen Markierungslinien zu nennen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn, viel Erfolg im heutigen Handel und ich melde mich dann später noch mit dem ING Markets Shark Flash und am Dienstag dann mit dem ING Markets Morning Call.